Hallo, ich wollte euch mal zeigen, wie es mit meiner Grillenzucht aussieht. Hier sind immer noch die erwachsenen Tiere drin. Es hat 25 Weibchen und 5 Männchen. Hier ist eine Vogeltränke neu drin, die unten mit Watte verstopft ist, sodass sie nicht ertränken können. Hier ist der Eiablagebehälter. Hier sieht man ein männliches Tier. Wie man sieht, habe ich ihnen in den Flügel gestutzt, sodass sie nicht mehr so laut zertren können. Hier ist nochmal einer. So, und jetzt gehen wir rüber in den anderen Behälter. Denn hier sind die kleinen Grillen. Es sind wirklich sehr viele kleine Grillen hier drin. Hier hätte ich es sicher, ja. Es hat insgesamt etwa 250 kleine Tiere hier drin. Die ich nun gross ziehen muss oder will. Und wieder weiter zöchtern. Jedoch geht es noch lange, bis die soweit sind. Ja, das wäre es mal wieder. Ich melde mich dann wieder. Tschüss. indic reasonably segur. Also, du wegz, wo sind. Ich turbade, wo sind los波ester. machen Glovetsee.